Ein Spiel, das euch dazu auffordert, es zurückzugeben, mögliche Infos zum nächsten Monster Hunter Titel und der Angriff auf Neopets betrifft mehr als 69 Millionen Accounts. Ach ja, und auf Hytale müssen wir wohl noch eine ganze Weile warten. Das und mehr gibt's jetzt in den News. Nicht im Sinne des Entwicklers, wenn man einmal gekaufte Spiele auf Steam wieder zurückgibt. Der Entwickler des neuen Horror-Games Refund Me If You Can fordert uns aber genau dazu auf, wenn wir es denn schaffen, das Spiel innerhalb der Rückgabefrist zu beenden. Wer ein Spiel auf Steam kauft und feststellt, hm, okay, das taugt mir jetzt doch nicht so gut wie ich erwartet habe, der kann es zum vollen Preis zurückerstatten. Einzige Bedingungen sind, dass das Ganze innerhalb von zwei Wochen geschieht und dass das Spiel nicht länger als zwei Stunden lief. Gerade für Indie-Entwickler, die Spiele mit sehr kurzer Laufzeit entwickeln, kann das unter Umständen zu einem großen Problem werden, da sie ohne die Umsätze ihrer Spiele kein Kapital für die Entwicklung weiterer Spiele haben. In der Vergangenheit ist das häufiger zur Sprache gekommen, zum Beispiel als sich der Solo-Entwickler Emika Games letztes Jahr komplett aus dem Gaming-Geschäft zurückgezogen hatte, weil SpielerInnen das Rückgabesystem von Steam missbraucht hatten. Oder als ein anderer Indie-Entwickler eine positive Review auf Twitter teilte, aus der ersichtlich war, dass das Spiel zurückerstattet wurde, obwohl die Review das Spiel als hervorragend beschreibt. Refund Me If You Can ist ein Horror-Game mit einem ziemlich simplen Konzept. Spielfigur Sarah ist in einem Albtraum gefangen, ein Labyrinth, in dem ein Monster uns immer dicht auf den Fersen ist. Wir müssen mit Mut, Geschicklichkeit und einer Fackel bewaffnet aus dem Labyrinth und damit dem Albtraum herausfinden. Das Spiel fordert uns dazu auf, das Spiel zurückzugeben, wenn wir das Ganze in weniger als zwei Stunden schaffen. Es sei denn, du bist ein Feigling. Quasi ein Gentleman's Agreement oder ein Pfadfinder-Ehrenwort. Wer es schafft, erhält ein Achievement. Das Spiel kostet an sich nur 4 Euro. Für die meisten also keine Investition, die den Geldbeutel stark belastet. An sich ist es mehr ein Gimmick und eine Form von Kritik am Rückgabesystem von Steam. Denn es verhindert womöglich die Entwicklung sehr guter, aber sehr kurzer Spiele. Das Ganze hat aber auch Probleme in die andere Richtung. Ihr erinnert euch vielleicht an den Flugsimulator, bei dem der Rückgabezeitraum bei manchen Leuten allein durch die Zeit, die der Download gekostet hat, überschritten wurde. Was ist eure Meinung zum Thema? Schreibt's mir in die Kommentare. Vor knapp einem Monat erschien mit Sunbreak die große Titelerweiterung für Monster Hunter Rise. Und während innerhalb von kürzester Zeit alle Verkaufserwartungen eingerannt wurden, wird selbstverständlich in zweiter Reihe schon weiter über den nächsten Teil spekuliert. Ein Discord-Nutzer will nun im Backend des Dienstes Hinweise auf eben jenen nächsten Teil gefunden haben. In einem inzwischen gelöschten Tweet erklärt er, wie er für später im Jahr geplante Platzhalter-Events gefunden habe. Die meisten davon seien zwar leer gewesen, eines habe allerdings dazu eingeladen, sich einen Code für Monster Hunter Paradise zu sichern. Weitere Infos weisen auf PC, Xbox und Playstation als Plattformen hin, was wiederum darauf hindeutigt, dass es eine Fortsetzung von Monster Hunter World sein könnte. Bereits seit letztem Jahr wird darüber gesprochen, seit im Zuge des großen Capcom-Leaks ein Monster Hunter 6 aufgetaucht ist. Inzwischen haben die Admins den Namen des Events allerdings offenbar geändert. Monster Hunter Paradise könnte ein Arbeitstitel sein, es könnte aber auch ein reiner Platzhalter sein, der nichts zu sagen hat. Allerdings ist Monster Hunter World mit der großen Titelerweiterung Iceborne der bisher erfolgreichste Titel der Serie mit über 21 Millionen verkauften Exemplaren. Man lehnt sich also nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man davon ausgeht, dass eine Fortsetzung in Planung ist. Auch die Nintendo Switch, also dass sie nicht berücksichtigt wird, liegt durchaus nahe, nachdem Capcom bereits klargemacht hat, dass World nicht auf die Switch geportet werden wird. Das sei aus technischen und grafischen Gründen einfach nicht möglich. Entsprechend wird auch eine Fortsetzung wahrscheinlich nicht nativ auf die Switch kommen, maximal als Cloud-Version. Wer dennoch Monster Hunter gerne unterwegs spielen möchte, der muss auf Monster Hunter Rise zurückgreifen nehmen oder sich ein Steam Deck besorgen. Die virtuelle Haustier-Pflege-Plattform Neopets wurde gehackt. Infolgedessen sind personenbezogene Daten wie E-Mail-Adressen und Passwörter von über 69 Millionen Accounts gestohlen worden und an die Öffentlichkeit gelangt. Bereits am Mittwoch gab die Community-Seite Jellyneo bekannt, dass Neopets gerade aktiv angegriffen wird. Über einen anonymen Hinweis wurde bekannt, dass Datenbank und Quellcode von Neopets auf einer einschlägigen Webseite für vier Bitcoins umgerechnet fast 100.000 Euro zum Verkauf stehen. Für eine zusätzliche Gebühr gibt es außerdem Live-Zugriff auf die Datenbank, seine Passworte zu ändern könnte also überhaupt nicht so viel bringen, da die entsprechenden Daten sowieso direkt wieder verfügbar sind. Wenige Stunden nachdem der Angriff bekannt wurde, ließ das Support-Team von Neopets veröffentlichen, dass möglicherweise Kundendaten gestohlen wurden und man bereits mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeite. Die Betreiber der Webseite fordern die NutzerInnen dazu auf, ihre Passworte zu ändern. Ob die eingetragenen Bezahlmethoden abgegriffen wurden, ist bisher nicht kommentiert worden. Neopets ist eine Webseite, auf der man digitale Haustiere aufziehen und pflegen kann. Die Seite existiert seit 1999 und gehört inzwischen Jumpstart Games, nachdem der amerikanische Kinder-Fernsehsender Nickelodeon sie 2014 verkauft hat. Man kann auch virtuelle Items für seine Pads kaufen, dazu gibt es zwei verschiedene Währungen, eine davon kann man mit Echtgeld erwerben. Da nicht klar ist, inwiefern Bezahlmethoden betroffen sein könnten, empfiehlt es sich eventuell, die entsprechenden Verbindungen zu kappen und zusätzlich die Passworte der Bezahldienste zu ändern. Zu Redaktionsschluss für die Sendung gab es noch kein Update zur Situation von den Betreibern der Webseite. Ups, es sieht ganz danach aus, als habe Respawn sich selbst die Überraschung versaut. Eigentlich steht für heute Nachmittag die Enthüllung der neuen Season und der neuen Spielfigur an. Offenbar hat da aber jemand etwas zu schnell auf Enter geklickt und aus Versehen zu früh einen Link zum Apex Legends Client gepostet, der das Bild des neuen Charakters zeigt. Bei der neuen Heldin handelt es sich wohl um Vantage, die bereits schon früher Gegenstand eines Leaks war. Angeblich ist sie eine Scharfschützung, mit der Fähigkeit sich zu einem geflügelten Begleiter zu teleportieren. Außerdem soll sie durch das Zielfernrohr Infos über feindliche Figuren lesen und mit ihrem speziellen Gewehr markieren und scannen können. Der Link wurde innerhalb kürzester Zeit wieder zurückgezogen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Auf Social Media findet sich nur noch der Teaser von letzter Woche und ein kurzes Video mit einem Distress Signal. Den Wahrheitsgehalt des Leaks können wir aber wohl wie gesagt schon ziemlich schnell überprüfen, heute um 17 Uhr gibt's offizielle Informationen. Die neue Season, Season 14 hat auch schon einen Namen, nämlich Apex Legends Hunter und startet am 9. August. Erinnert ihr euch noch an Hytale? Ich hab grad extra fix für euch nachgeschaut, das erste Mal haben wir im Januar 2019 darüber berichtet. Einen Release-Termin gab es damals noch nicht, aber man konnte sich bereits sehr optimistisch für kommende Beta-Tests anmelden. Wie so oft war es dann sehr lange still um das Spiel, bis April 2020 als Riot, die bereits seit Gründung des Entwicklers Hypixel Studios mit Rat und Tat zur Seite standen, das Studio komplett gekauft haben. Letztes Jahr gab das Team dann endlich, nicht vor 2023, als frühestmöglichen Release-Zeitraum an. Was ja durchaus inzwischen in greifbarer Nähe wäre. Im neuesten Entwickler-Log wurde nun aber die Hoffnung auf einen Start im nächsten Jahr zerschlagen. Der Grund für die, nennen wir es mangels besserer Worte, Verschiebung ist, dass die Spiel-Engine in C++ neu entwickelt werden soll. Entsprechend kann das Spiel nächstes Jahr noch nicht fertig werden. Unsere vorherige Engine wurde zu einer Zeit entwickelt, als wir weniger Ressourcen hatten und uns noch nicht im Klaren darüber waren, was wir mit Hytale erreichen wollten. Im Laufe des letzten Jahres wurde uns klar, dass wir, wenn wir so weitermachen wie bisher, auf eine Reihe von technischen Herausforderungen in Bereichen wie Skalierung, Kompatibilität und die Geschwindigkeit, mit der wir Patches und Updates bereitstellen können, stoßen würden. Hytale ist ein Sandbox-RPG mit zahlreichen Minigames und verschiedenen Möglichkeiten an das Spiel heranzugehen. Ursprünglich war das Projekt ein Minecraft-Server. Seit 2018 arbeitet das Team, das bis dahin Mods für Minecraft entwickelt hat, an einem eigenen Spiel. Bis das aber herauskommt, müssen wir uns wohl noch eine ganze Weile gedulden. Und zum Schluss habe ich noch ein kleines Update für euch. Michi hat euch bereits letzte Woche vom Quartalsbericht von Ubisoft berichtet. Der hatte wenig gute Nachrichten. Ganz klar im Gegenteil. Frontiers of Pandora wurde auf nächstes Fiskaljahr verschoben, kommt also nicht vor April 2023. Ghost Recon Frontline, Splinter Cell VR und zwei weitere noch nicht angekündigte Spiele wurden komplett gekickt. Nun sieht das Ganze danach aus, als wäre der Rundumschlag noch nicht ganz abgehandelt. Denn während es im Finanzreport heißt Roller Champions, ein Free-to-Play Online-Sportspiel, das im Mai an den Start ging, läuft besser als Hyperscape, das Free-to-Play-Battle Royale, das letztes Jahr nur ein Jahr nach Release aufgegeben wurde, behauptet der Journalist Jeff Grubb im Xbox-Era Podcast, dass das Spiel nach der dritten Season eingestellt werden soll. Dabei bezieht er sich auf eine nicht näher genannte Quelle. Wenn ihr bisher nicht viel von Roller Champions mitbekommen habt, das ist nicht eure Schuld. Offenbar gibt sich Ubisoft nicht übermäßig viel Mühe, das Spiel zu bewerben. Wie viele aktive SpielerInnen Roller Champions hat, kann man leider nicht nachschauen. Auf Twitch läuft es allerdings nicht so gut, der Datenbank-Twitch-Tracker aktuell im Schnitt grad mal zwischen 100 und 200 Leute zu. Das war's wieder mit den News für heute. Ich hoffe, die Show hat euch gefallen und ihr fühlt euch optimal informiert. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Like und einen netten Kommentar da. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr, so Gott will, äh, Entschuldigung, so Google will, direkt benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen. Wir machen nämlich jede Menge spannender Videos. Zum Beispiel dieses hier über Wild West Dynasty oder unser Testvideo zu The Raft. Wir sehen uns morgen wieder mit den News, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und guten Loot!